Geil, was weiß ich, ich will das haben. Bloß'n Half-File. Toll. Die man wahrscheinlich gleich verwenden kann, wenn man vorher erseufzt. Ja, der seufzt, ja, genau. Ja, ein bisschen was hab ich verloren. Zehn. Bisschen wenig Kampf hier, ne? Naja, aber bei uns fehlt immer noch eine Maske. Brauche ich denn eine Kempel dann noch weiter? Irgendwas schießt. Der ist wahrscheinlich unter der Brücke oder so. Lauf halt einfach weiter. So. Ruhe ist im Theater. Zwei Health-Files. Wir steigern uns. 31, aber ich jetzt, oh Gott, das will. Ich muss eben wahrscheinlich bloß schneller, schneller immer drücken, als ich ausgeben kann. What the fuck? Hallo? Jetzt weiß ich, warum du nur die zwei Health-Files lagen. Alter. Ich weiß, was das, das war super. Hast du alle drei mit einem Streich genommen? Nein! Das lenne ich mal einen Three-Strike. All Drug Hill. Ungekel. Mensch, du gesagt hast. Ach, das ist der Wachstum. Wacken sick. Das hat ich bei dem 2003er immer gesagt. Ich weiß da immer noch nicht, was der macht, aber egal. Was hab ich jetzt überhaupt? Du hast ein... Ein Artefakt hab ich. Das ist komisch. Die Frau hab ich ja unter Wasser aufgesammelt. Ja, ja, ja. Genau, das können wir doch gleich mal benutzen. Die Frage ist nur wo. Oh, da ist noch eins. Noch ein was? Eine Tür. Da korrigieren wir wahrscheinlich das zweite Ding hier. Ist wahrscheinlich auch ein Teleporter drin. Nee, ist auch bloß so ein Artefakt. Toll. Was ist denn das jetzt? Blitz. Okay. Neuer Zauber. Ich hab doch schon alle. Was ist denn das? Warte mal. Ah, schweben. Ich seh aber bloß so ein Mairos. Aber, aber sehr schön. Ja. Das hab ich ganz vergessen. Cool. Geiler Scheiß. Waren wir hier schon? Ja. Aber jetzt kommen wir drüber, ne? Richtig. So. Mal da reinglunzen. Me like. Ich will fliegen. Ich glaub, das ist Keisinger sogar schon. Ja, dann los geht's. Ja, dann los geht's. Achso, ja. So. Otto Keisinger. Here we go. Möchtest du noch einen Schluck Shisha? Ach, äh, später dann. Jo. Ich hab das Gefühl, da kommen wieder Viecher dann mit der Zeit. Solang's nicht diese Raketenmännchen sind. Ah, solang's nur die sind. Diese, diese Luftwürmer. Die Frau als Kind. Die Frau entschuldigt. Oh, lech. Sie schaut uns, glaub ich, zum Glück gar nicht mehr an. Ja, bei ihnen, glaub ich, guckst du nicht. Ne, das ist noch nicht Keisingers Schloss. Das ist noch nicht Keisinger. Da versucht jemand was. Hm. Oh, jetzt hab ich schon Angst gehabt. Haha. Platsch. Super, das kann ich gleich wieder fallen. So, wo ist der andere Depp? Irgendeiner hat man in der Rakete geschossen, ne? Yay. Super, die Health-Biles sind jetzt auch schon da aufgebraucht. Haha. Dafür lagen sie wahrscheinlich da. Aber sonst hat's mir nichts gebracht. Du hast ein bisschen was für einen Eirous-Musik. Ja. Sightseeing. Lass mich rein. Ich bin der Sternensinger. Was? Ich will das haben. Egal was es ist, es blinkt, du willst das haben. Dispare Magic. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Da gibt's wahrscheinlich einen eigenen Mechanismus dafür. Da gibt's was wieder zurück. Zurück. Ja gut, äh, ja gut, äh, dann mach mir doch mal die Spell Magic oder so, äh. Ja gut, dann mach mal da so ein Spell und äh, das bin gar nicht so durchlaufen kannst. Ich habe einen finsteren Plan. Einen finsteren Plan? Ja. Hast du? Ja, ne Hoffnung, dass es in diesem geschwimmigen Zeug funktioniert. Mach's da draußen. Was war das jetzt eigentlich? Ach, wie das so ein Akeln. Cool. Ich weiß nicht, was der überhaupt macht. Vielleicht machen wir jetzt auch bei mir Schaden dadurch. Keine Ahnung. Vielleicht, ja. Ich könnte es ja eigentlich fast mal googeln. Wir leben jetzt mittlerweile in einer Zeit, wo sowas funktioniert. Uh, aber grad so. Äh. Ich bin da so ein Viech. Boah, das ist jetzt echt noch. Wo ist das? Hey, tschüss. Oi, 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 oi. Hallo? Ah, wo ist's? Wo ist's im Karton? Nicht mehr viel Schuss von der Schatkan, fällt mir grad so auf. Okay, es bringt nichts. Ich habe jetzt eigentlich auch gedacht. Ja? Grafikfehler, cool. So. Zieht aus, ob man da reinkommt. Ja. Oder raus. Ich habe jetzt wieder massig Revolver-Munition. Ähm. Ist das nicht eine Pyramide? Ja. Ja. Ah ja, das ist Otto Kreisinger. ist der Netteste, oder? Äh, nee. Ja, ich muss aber hoch. Ja, und wo? Ist über den Blitz gesprungen? Ja, ich weiß. Ich sollte weitergehen. Was zum... Da geht's hoch, der Anliegen. Oder? Streich dich. Ist jetzt einer im Kreis gelaufen. Und einfach so lange Bombardieren geht nicht mehr. Spier's auch mal. Ja, ja. Ich mein, mehr als Mana und ein paar bissle Healthpacks kostet's ja nicht. Eben. Ich will mich nämlich verarschen. Zapp. Immer in die Fresse. Äh? Ah! Hörst du was? Ich glaub da tut sich was an der Programmiere. Ist das hier noch irgendwo anderswo was? Was hat denn dann einer Schädel da schon wieder? Äh. Entlassen wir sie in die Freiheit. Hm, also irgendwas hat sich irgendwas getan. Muss ich mal den hier noch killen. Das nimmt ich glaub ich noch einer. So. So, viel dazu. Ja doch, ja. Ich muss doch ganz hoch. Ja, auch recht. Zu Otto Keisinger. Laut. Ich frag mich aber, wir haben doch eigentlich drei Artefakt-Slots gehabt. Wieso haben wir jetzt bloß eins... Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es optional für ein Ding gewesen. Ist der Trump zu Babel? Ich weiß nur, dass ich ihn mit diesen Totenköpfen damals gekillt hab. Also glaub ich, sollte ich das diesmal auch machen. Ich find das cool. Die sind cool, die Viecher, ne? Ich hab ja damals gesagt, ich will diesen Zauber umgeteilt haben, weil er einfach so... wie geil ist. So orgasmisch irgendwie. Ach Gott, sind süß. Na ja. Man sagt nur nein. Kleinvieh macht auch Mist, ne? Eben. Und einem geschenkten Gaul. So, und ich glaub noch Otto Keisinger, dann haben wir's langsam. Fast ne Stunde. Dann haben wir auch nen Eil rausgeschafft in einem Durchgang. Wahnsinn. Das war so schlecht. Hätte ich auch nicht gedacht. Ey. Ey, ich will mein Geschenk haben. Betrug! Ich will mein Geschenk! Sonst spricht er unter euch. Bro, oder was? Ja, machst du's ernst? Ich drütz' ich mich ne Tiefe. Ja. Jetzt kommt Otto Keisinger. Ach, ich sprech' halt noch mal was soll's. Mr. Keisinger. Loading. What is this? We've been adversaries for so long, Galloway. Whatever will I do with my spare time after I dispose of you? You're risking the mistakes of the past, idiot. You're opening up Pandora's box here. Don't damn humanity with your arrogance, Otto. Well, funny. That was what that little witch Bethany said to me before I killed her. It's a quaint little stage we all dance on, Patrick. But I've been waiting too long for this opportunity to be upstaged now. Your reckless pursuit of power must be stopped. I'm humored and attuned to a tribe. What's that? What's that? What's that? Ja. Schau' wir mal wer der bessere Magier ist von euch zwei. Oh man! Jetzt zieh' ich mich mit der Scheiße an. Ah, der macht das auch. Na und ich kann das besser. Das ist aber weg. Ich bin dafür, dass du ihn mit der Scheiße. Ah, Schild. Da musst du immer warten, bis er aufhört mit seinem Schild, ne? Ja, ich werde doch drüber mal, bis mein Ding wieder aufgeladen ist. Ich brauche auch sichere Schüsse. Ich glaube nicht, dass es das schon war. Ich bin mir gerade für mich ganz sicher. Ja, dann tu mir ihn halt in den Fallen. Er wird von zwischen. Ah, schon wieder fliegt. Ah, der ist schon tot. Das war's. Das war Keisinger? Ja. Ah, der Zukunft könnte so verschieden sein. Totenköpfe, ich sag's doch. Na ja, Magier haben nie viel Leben. Und jetzt danken wir nämlich die Ureinwohner. Die sind nämlich eigentlich freundlich. Ich wollte's bloß nicht spoilern. Weil der Keisinger die unterdrückt. Jetzt gibt es eine Raid. Ne, die mögen mich jetzt. Die helfen mir. Gibt's einen gefolten Raid? Ja. Ja. Wir erinnern uns die Verkaufung der Menschen, die sie kenne, Keisinger. Wir sind glücklich und wünschen, unsere Gratitude zu erinnern. Oh Gott, die! Tut hene! Niam niam! Ach, sind die süß! Ich will so einen da rein. Und ein Mana Weller, hast Arno gekriegt! So, ich bin wieder aus dem Turm draußen. He's dead. So, ich hätt' mal g'sagt, das war's für dieses Mal. Ah, yo! War ein schöner Tag. Ich hätt' nicht gedacht, dass wir ohne Aero sind. Hätt' ich jetzt auch nicht gedacht, aber okay. Gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Adieu. Ciao!